Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einer Fahrt auf dem Schweinbatter Kreuz. Hier wird es nicht mehr lange möglich sein mit dem Zug zu fahren, da die Bahnstrecke eingestellt wird. Und ja, es gibt einen Nord- und einen Südast. Ich fahr beide keine Sorge. Und ja, dann ohne viel reden wünsche ich euch viel Spaß. Oberstdorf. Pilligsdorf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bokvliese 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 Auerstal Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ragendorfmarkt Untertitelung des ZDF, 2020 Ragendorfmarkt Großschweinbad Abzweigebahnhof Der Bahnhof Untertitelung des ZDF, 2020 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 Von Großschweinbad nach Bad Pirawad. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bad Pirawad. So, heil und herzlich willkommen auf dem Südast von Großschweinbad bis Gensandorf. Untertitelung des ZDF, 2020 Rackentorf. 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 Matzen Matzen Untertitelung des ZDF, 2020 Protes 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020